Das sieht eher nicht so gut aus gerade. Also da bräuchte ich vier Dünger. Ich hatte zwar eigentlich vor, das mir zu sparen, sofern es dann geht. Ach guck mal hier. Brauche ich noch fünf Dünger. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn ich dann nochmal Butanhaschöl mit hätte reinwerfen können. Aber man kann halt auch einfach nicht alles haben. Ich habe jetzt noch einen Dünger. Ich habe jetzt noch einen Dünger. aber noch eine weitere hindu kusch könnte mir helfen könnte sein dass die jetzt gerade schneller am wachsen ist dann mache ich halt einfach noch mal honig und dann ist gut ja 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 also es sind vermutlich noch drei minuten wenn die g13 haze jetzt fertig werden würde das wäre geil dann fehlt allerdings immer noch eine sourdiesel ja da muss ich mich wohl daran gewöhnen dass ich darauf erst mal warten muss fünf von neun sind noch neun minuten fünf von neun sind noch 18 ok gut g13 haze ist fertig jetzt wird wie gesagt nur noch eine sourdiesel und dann also eine weitere ja 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 All right. 5 von 9, 7 Minuten Ja, ich denke, ich muss da mal so ein bisschen drauf warten und gucken, was das sechste Mal gießen bringt ob das dazu beiträgt, dass es dann schneller fertig wird oder ob das sechste Mal gießen auch wieder sowas ist, was über 10 Minuten dauert Wenn es dann schnell vorangeht, dann kann ich nochmal Butanaschöl machen Was heißt nochmal? Ja doch, nochmal Ich könnte aber auch einmal Milch machen Ja Ja Okay Okay Ich bin gespannt Aber ich denke mal, viel kürzer wird das in 5 Minuten nicht Oder? Ich weiß es leider nicht mehr Da ist noch ein Topf frei, was mache ich denn damit? Na komm, pflanzen wir mal eine Jack Hara Oh, geil Und da sind dann auch nur 9 Minuten Unterschied Zeitlich bis zur nächsten Sourdiesel Aber das wird jetzt halt auch wirklich, wie gesagt, nur dann interessant, wenn die Zeit jetzt nach diesem Intervall hier Nach diesen über 10 Minuten, ich glaube es waren irgendwie 18 Minuten oder sowas Wenn das, wenn das am Ende abgelaufen ist und es dann nur noch eine halbe Minute bis eine Minute dauert für die letzten Stufen Dann ist das realistisch für mich, dass ich das ähm Dass ich das weiter spiele Wenn das jetzt aber Mal weiterspielen Also was ich sagen wollte ist, wenn das jetzt weniger Zeit braucht, dann würde ich das auf jeden Fall Würde ich auf jeden Fall abwarten, dass einmal Sourdiesel fertig ist Und das zweite Mal Sourdiesel braucht dann nur 9 Minuten länger Das heißt, kann man sich überlegen, ob man darauf warten möchte Und das nächste Mal Dann ist das Dann ist das Dann ist das